So, guten Morgen, heute tut das Regnen. So, kann ich mich selber am Zaun machen? Nein, ein Futternapf. Drei Silberholzbretter. Kann mir auch nichts machen. So, jetzt dann muss ich wirklich anfangen, zuerst ein bisschen farmen, bevor man irgendwas weiß soll. So ein Sturm. Jetzt sagt man, braucht man mal ein Gas. So ein Sturm. Jetzt werden wir mal ein bisschen Gas. Ja. Und so ein Sturm ist, kann man sich da nichts aufsetzen, eine Kleidung oder irgendwas. So, jetzt schauen wir mal, was das Bufi mischent. Ein Weizensamen. So, aber wenn es jetzt nur so stürmt, könnten wir in der Zwischenzeit weniger in die Hülle. Mal ein paar Kleinigkeiten. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo hier der Eingang ist. Das sehen tut nicht so viel wie gar nichts. So, was hast du Schönes? An Rübensamen. Wo ist das, was wir eigentlich gar nicht brauchen? So, da. Und da. So, und hier komme ich nicht irgendwo. So, wo ist da der Hülleingang? So, wo ist der jetzt? So, wo ist der jetzt? So, das ist der jetzt. So, das ist der jetzt. So, jetzt muss ich schauen, wo ist der Höhleneingang, ok, wow, ich sehe rein nichts, blitzt, oh, so, wo ist jetzt der Höhleneingang wirklich? So, jetzt muss ich einmal so ein bisschen, wo sehe ich, sehe nichts, gell, wir sehen rein nichts. Jetzt, da hinten um mich, nutzt es? Hier sind wir schon wieder daheim. So, da brauchen wir mehr Zorn. So, wir lassen jetzt auch nur im Kreis. So, jetzt können wir mal ein bisschen schneller, aber ich war nicht. Wo? Na... Kann es das geben, dass ich den Eingang von der Höhle nicht finde? Da hat es ein paar Gült. Ja, müsste ja da irgendwo sein, oder? Jetzt sind wir ein bisschen weit unten. Super! So, was hast du Schönes? Können wir jetzt auch ein bisschen einzubringen. Ist der auf der Karte nicht eingezeichnet? Ich kann es nicht sein. Da, du war. Na, du war. Ich kann es nicht sein. Ich kann es nicht sein. Ah, die Tasche ist auch schon wieder voll. Was ist da da noch nicht so, was ich habe? Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Kommen wir zum Meer. Das heißt, wir müssen umtrennen oder fischen. Sicher nichts. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Komisch, wenn wir das nicht wissen. Sieht? Ah, wo ist meine? Wo ist da die Höhle? Sieht man da jetzt? Wieso ist die Höhle nirgends eingetragen? Oder wie? Wie sieht man das? Komisch irgendwie, oder? Jetzt haben wir heute nochmal Füße gesammelt. Was ist das? Also, wir müssen jetzt zum Wasser gehen. Schädel? 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 Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? So, Indy da? Oh, Indy. Können wir mal Futter machen? Schauen wir mal, wie viel Gras das wir zusammen haben. Aha, okay, dann machen wir halt da mal. Das ist voll. So, schauen wir mal. Futter herstellen. Ah, da bringen wir jetzt mal ein bisschen was zusammen. Fünfe nur? Das ist auch noch die Welt, gell? Ja, stimmt. Okay. Dann haben wir da ein Ei. Ein Ei. Sollen wir es mal füttern? Haben wir nichts? Ja. 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 Die sind fertig. Entfernen. Tierfutter haben wir eh Elfe. So. Da nehme ich jetzt. Aha. Wie geht das jetzt schnell? So, ein. Na, alle. Da werde ich nicht rausnehmen. Aber für Fünfe stecken wir sie einmal ein. Genau. Weg damit. Dann machen wir auch zu. Da gehen wir mal eins rein. So, das brauchen wir dann für ein. So, rein ins Haus. Da müsste man auch anschauen, wo die. Wenn die. Dann gehen wir hin. Da muss auch rein. Dann gehen wir die. Da muss ein bisschen weg. Ach, das braucht noch nichts. Ich bin schütter. Aber das muss ein bisschen weg. Oh, echt? Ich bin Ein. Dr. Kurt, gut die, du bist. Ok, jetzt schauen wir mal, was können wir hier ablegen, ein Ei, ok, Mais und da brauchen wir ja auch weit mehr, oder? Ah, die Kischen, haben wir nur das eine, da haben wir gar nichts, ah, 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 die Kischen, die sind auch da, bei 14, können wir mal weglegen, ah, die Tomaten müssen wir pflanzen, jetzt sieht das noch aus, wie spät haben wir sie? Da muss man durch auf hier, da müssen wir ein bisschen den Zaun machen lassen, die brauchen einen Dunger, da, Dunger, ah, ok, die Zaun droht einmal, die tun einkröpfer, Tomaten davon, ja, ja, ist da eine, da drinnen liegt der Mist, oder, genau, jetzt haben wir eine Mama ein, sonst nirgendwo einer, na, die haben wir gängig schon schlafen, So, dann machen wir noch den Dünger, geht eh noch einer, okay, dann schnell die paar Minuten, okay, das ist gedüngt. Für was die da sind, möchte ich auch gerne noch wissen, so, schauen wir mal, was steht da, österreich, neue Produkte, neue Neuigkeiten, unsere drüben Produktpalette, was ist das da, Neuigkeiten von Tierladen auf dem Dorf, unser Produktangebot wurde aufgrund der Entwicklung des Dorfes erheblich erweitert. Neuigkeiten von Tierladen vorbei, okay, neue Fischarten entdeckt, hallo, ich habe neulich eine neue Fischsorte entdeckt, ich habe so viele davon gefangen, dass ich ein paar davon mit dir teilen wollte, warum gehst du nicht zu deinem Lieblingsangelplatz und suchst auch nach neuen Fischen, neuen Fischsorten, blau, warte, drehe ich nicht. Gibt es die Neuigkeiten? Blumenladen, Neuigkeiten von Blumenladen, wir haben gerade ein bis sehr seltener Neuartikel auf Lager, okay, dann haben wir da, jetzt haben wir ja gerade Produktangebote aufgrund der Entwicklung des Dorfes erheblich erweitert, schaut beim Restaurant vorbei, okay, Änderungen, Neuigkeiten, Neuigkeiten, ein Tierladen, das haben wir sich gerade angeführt vorher, wo haben wir Werkzeugladen, okay, die Frederica, unser Produktangebot wird aufgrund der Entwicklung des Dorfes erheblich erweitert, okay, Neuigkeiten, Regenbruchforelle, einmal, was ist da noch drinnen? Neuigkeiten? Neuigkeiten? Das ist der Blumenladen. Ah, hast du gerade Zeit? Ich könnte deine Hilfe bei etwas brauchen. Dünner in Mangelware und kann schwer zu finden sein. Kannst du welchen finden und mir bringen? Mal sehen, ich denke 10 sollten reichen. Die Judy. Die Judy. Kannst du welchen finden? Wir sollen irgendeinen Dünger finden. Der müsse die ja machen, oder? Oh nein. Ich möchte dich kurz um einen Gefallen bitten, falls es dir nichts ausmacht. Ich habe gestern Spinat, ich habe gestern keinen Spinat mehr. Wenn du Zeit hast, könntest du mir fünf Spinat besorgen. Okay. So, ich glaube Spinat haben wir ja, oder? Schauen wir schnell. Dann kann ich eher den gleich abgeben. So, wie viel Spinat hätten wir? Wo ist der Spinat? Diese Spinat. Rausnehmen. Alle. Und die Fische. Die legen wir einmal weg. Die legen wir weg. Dann haben wir da noch Tomaten. Okay, sonst braucht man eigentlich ... Und hier nichts. Okay. So, dann sage ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.